Bhagavad-Gita, Vers 3.3 Der höchste Herr sagte, O sündlose Arjuna, ich habe bereits erklärt, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt, die sich bemühen, das höchste Selbst zu verwirklichen. Einige wollen es durch empirische, philosophische Spekulationen verstehen und andere versuchen, es durch hingebungsvolle Arbeit zu erkennen. Erklärung Im 39. Vers des 2. Kapitels erklärt der Herr zwei verschiedene Vorgänge, Sankhya-Yoga und Karma-Yoga bzw. Bodhi-Yoga. In diesem Vers erklärt der Herr diese beiden Pfade deutlicher. Sankhya-Yoga, das analytische Studium von Wesen der spirituellen und der materiellen Natur ist die Hauptbeschäftigung von Menschen, die geneigt sind, zu spekulieren und die Dinge durch experimentelles Wissen und durch Philosophie zu verstehen. Die andere Gruppe handelt, wie im 61. Vers des 2. Kapitels erklärt wird im Krishna-Bewusstsein. Im 39. Vers hat der Herr erklärt, dass man von den Fesseln des Handelns befreit werden kann, wenn man den Prinzipien des Bodhi-Yoga bzw. Krishna-Bewusstseins folgt, denn dieser Vorgang ist fehlerlos. Das gleiche Prinzip wird im 61. Vers noch deutlicher erklärt. Dieser Bodhi-Yoga bedeutet, vollständig vom Höchsten oder genauer von Krishna abhängig zu sein. Auf diese Weise können alle Sinne sehr leicht unter Kontrolle gebracht werden. Deshalb sind beide Yogas genau wie Religion und Philosophie voneinander abhängig. Religion oder Philosophie ist sentimental oder zuweilen sogar Fanatismus, wohingegen Philosophie ohne Religion nichts weiter als gedankliche Spekulation ist. Das endgültige Ziel ist Krishna, denn auch die Philosophen, die ernsthaft nach der absoluten Wahrheit suchen, kommen letzten Endes zum Krishna-Bewusstsein. Dies wird ebenfalls in der Bhagavad-Gita bestätigt. Das Ziel der Selbstverwirklichung besteht darin, die wirkliche Position des Selbst in Beziehung zum Über-Selbst zu verstehen. Der indirekte Vorgang ist philosophische Spekulation, durch die man allmählich zum Krishna-Bewusstsein kommen kann, und der andere Vorgang besteht darin, durch Krishna-Bewusstsein zu allem eine direkte Beziehung herzustellen. Von diesen beiden ist der Pfad des Krishna-Bewusstseins der bessere, da dieser Weg nichts davon abhängt, die Sinne durch einen philosophischen Vorgang zu reinigen. Krishna-Bewusstsein selbst ist der Reinigungsvorgang, und durch die direkte Methode des hingebungsvollen Dienens ist er einfach und erhaben zugleich. Die Beziehung des Selbstverwirklichung Vielen Dank.